Die erste große Sims 4 Spark Challenge ist jetzt gestartet, die ich euch in diesem Video vorstellen möchte. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ist gestern Abend eine neue Sims Reality Show gestartet, in der viele verschiedene Simmer in den Kategorien bauen, Sims erstellen und Geschichten erzählen gegeneinander antreten müssen. Aber auch in die Sims 4 könnt ihr jetzt diese Challenges im Spiel nachspielen, in der Galerie findet ihr jetzt nämlich den neuen Spark Challenge Tab. Dort müsst ihr entweder Sims oder Häuser zu einem speziellen Thema erstellen und in die Galerie über den neuen Button beim Hochladen veröffentlichen. Es ist aber ebenfalls möglich, auf der EA-Seite eure eigenen Sims-Geschichten als YouTube-Video einzureichen. Derzeit ist das Thema Schauplatz für die Hochzeit, wenn ihr euch hier also beteiligen wollt, solltet ihr euch an einem coolen Hochzeitshaushalt oder Location für die perfekte Traumhochzeit versuchen. Wie findet ihr diese Art von Challenges und werdet ihr teilnehmen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und dein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.